War ich jetzt hier schon? Ich hab keinen Plan. Karte? Hier bin ich. Und da unten muss ich hin. Also muss ich eh in die Richtung. Daher ist das, glaube ich, wurscht. Äh, ja. Versuchen wir mal, dass wir da irgendwie hinkommen. Wer sagt denn die Karte? Die Karte sagt eigentlich, dass ich von hier unten kommen soll. Anscheinend. Äh, von... Von wo ist das jetzt genau? Äh, von hier irgendwo anscheinend. Da, wo jetzt der linke Pfeil ist. Aber ich hab keinen Plan, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Ich versuche jetzt einfach mal hier rüber zu kommen. Aber wir haben mal was ausgerottet. Die könnten wir eigentlich auch mal bekämpfen, komm mal ja. Falsche Taste, wäre das fast gewesen. Oh. Ja. Ähm. Ich meine, Monteden können eigentlich auch nicht mehr Tübe über sein, so offen sie sich schon gekämpft haben. Also, das ist nicht meine Auffassung. So, vorher schlagen. Ich habe gar keine Übersicht. Ach, zwei sind noch da, gut. Oh, tschüss. Oh, wir haben Aero erhalten. Nicht so toll. Ja, erstmal wieder aufsteigen. Komm her, mein Flügelchen. Was sagt die Karte jetzt eigentlich? Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Doch, ich glaube schon. Ich muss da noch durch und dann bin ich quasi da. Ja, guck mal her. Perfekt. Ich habe das gemacht. Ha! Bis zum nächsten Mal. Dann noch einer Und dann noch einer Feuerschlag! Wo muss der mir denn jetzt den Weg versperren? Wo führt der Weg eigentlich hin? Was sagt die Karte? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nicht da, wo ich wollte! Also wie es aussieht, obwohl wenn ich jetzt zurücklaufe und dann weiter nach unten, müsst ihr doch daherkommen! Ähm... Chronostasis, falsche Taste... Ich hab einfach Schiss gegen dieses Tulpian-Pief zu kämpfen! Weil ich hab schon mal gegen sie gekämpft und der hat mir so die Schuhe ausgezogen, das war schon nicht mehr feierlich! Ja, fight with me! Ich bin ja nicht viel, dass man immer kommen, ne? Ich bin ja nicht viel, dass man immer kommen, ne? Wahnsinn! Naja, was ist ein Schiss! Nein, was ist ein Schiss! War etwas ein Schiss! Hey, schon wieder Aero erhalten. Oh, hier steht jemand. Aber derjenige, welcher redet nicht mit mir. Ähm, kurz auf die Karte gelinst. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Sehr gut. So? So? Sturmschneise halten. Großartig. Äh, in die Richtung? Ja, sieht gut aus. Aber wie es aussieht, muss ich die Schleife außenrum nehmen. Oh, lass mich einfach nur vorbei. Du hässliches Ding. Ist es hier breit genug, dass ich vorbeikomme? Ich müsste ja... So, lenkt mich. So. Wir müssen jetzt, so wie es aussieht, hier entlang... Nein, genau andersrum. Hier oben lang. Und dann schwebeln. So, Karte. Ja, nochmal schweben. Schwebeln. Pfui, Teufel. Tulpians. Meine Nemesis. Bisasams everywhere. So, und jetzt nicht fallen. Sehr gut. Ich kämpfe nicht. Plopp. Ich liebe dieses Kleid einfach. Ich weiß auch nicht. Ich kann machen, was ich will. immer Feuer drauf und alles fällt um. Dabei hieß es letzt noch richtig gar nicht so stark. Irgendwas ist da vorne gespawnt. Ich ahne Schreckliches. Ja, ich ahne richtig. Ähm. Sag mal bitte nicht, dass wir da entlang müssen. Nein, wir müssen... doch müssen wir. Oh, scheiße. Setzen wir das jetzt aus? Ähm. Ja, hier wollte ich speichern. Oder warten wir es? Ich weiß es nicht. Ähm. Kampfgranitone. Ich mein, wir haben... Alles außer Eis mit dabei, so wie es aussieht. Ja, wir haben alles außer Eis mit dabei. Das heißt, dass wir hier... Das rausnehmen. Und uns den Eis-Zauber suchen. Und dann versuchen wir, dass die Viech totkriegen. Ich bin echt schlecht. Nein! Oh, Himmel, es fängt schon wieder an. Das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Was hat er denn momentan? Oh, okay. Er hat jetzt Blitzschutz. Der hat jetzt Blitzschutz. Das heißt, dass er jetzt auf Eis abschund ist? Oh, oder? Oh, klar. Ne, auf Wind anscheinend. Oh! Er ist geschafft! Ja, er ist ja gut. Ja, er ist ja gut. Ja, er ist ja gut. Äh, das ist ja gut. Ja, er ist ja gut. Oh, er ist ja gut. Ups. Oh. Okay, das ist ja gut. Ah. Morbid. Weil er ist ja gut. Und jetzt ein. Und er ist... ...geschubbt. Ganz tolle Attacke. Ähm, Morbid. Weil, danke. Und jetzt... ...kann ich hier... ...ich... ...schaff's. So wie's aussieht. Und ein AMP-Ship erhalten. Jetzt... ...hab ich auch die Mission... ...für... ...Dings hinter mir. Wo sind wir denn hier? In Herberge? Äh, ich hab doch grad ne Mission auffliegen sehen. Okay. Ja, das weiß ich. Gut. Gut. Dann kaufen wir mal ein bisschen ein. Was bist du denn? Ach, egal. So. Nimm eine zweite Phoenix wieder mit... ...und den Rest heiltränke. So. Und jetzt wollen wir einmal... ...äh... ...Kronostasieren. Schönes Wort. Und uns dann mal hier... ...Herberge. Ähm, war hier nicht grade ein Leiter? Ja. Gut, absteigen, denke. Da oben scheint die Kiste zu sein. Die hole ich mir mal. Wow! Aero-Ratsstufe 2 erhalten! Ähm... ...EP falsch. ...Kampf, Garneturn, richtig. Äh... ...Aero-Ratsstufe 2. Äh... So. So. Vogel! Ähm... Vogel? Ach, der ist hier. So. Haben wir hier nicht noch mehr Menschen mit Missionen? Ähm... ...und die Kiste. So. 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 Wir warten für den Tag. So. 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 Was ist das? Äh, es ist verwittert, du kannst nichts dazu machen. Was hast du da? Für mich, sie sahen wie die Wurzeln. Mal, in die Wurzeln, ein schönes Gebäude stand auf diesem Ort. In diesem Tempel, sollte man andere Wurzeln, schädigte aus den Wurzeln. Oder so, glaube ich. Aber wir können uns nicht in den Tempel, also ich kann nicht sicher sein. Also, ich bin hier, um zu sehen, über das Wurzeln und schäu eine blöde Licht auf ihren Vergangen. Um. Ich frage mich, was hier geschrieben wurde? Wenn die Wurzeln nicht geblieben wurde, gibt es Leute, die die Wurzeln haben. Die Bibel der Gäste. Das ist die Karte zu decodieren die Glyphs. Aber das Buch ist jetzt nur eine Legend. Wer weiß, ob es überhaupt existiert wird. Gleiche Taste. Ähm. Was da ist, ja. Ich weiß, dass es hier irgendjemanden gibt, wo man noch ein Outfit für kriegt. Und dafür müssen wir eine Mission annehmen. Aber ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen verwirrt. Und hier ist die Herbergsinhaberin. Hier ist die Herbergsinhaberin.